Inge, man hört es im Hintergrund noch, Kreismitgliederversammlung ist gerade zu Ende gegangen, 22.01.2017. Du bist Kandidatin für den Landtag. Wie fühlt sich das an? Ja, Wahnsinn, vor allen Dingen einstimmig gewählt zu sein und so viel Vertrauen jetzt bekommen zu haben, dass es für dich zu lieben wird. Wir haben dich unheimlich professionell erlebt. Du bist relativ jung, das darf man ja dann auch sagen, 23. Wo nimmt es das her? Ja, ich war jetzt zwei Jahre Sprecherin der Grünen Niedersachsen und da habe ich auch mich sehr entwickelt und sehr viel gemacht und vorher auch in der Hochschulpolitik in Lübock habe ich sehr viel daraus mitnehmen können. Also von daher, ich bin nicht ganz ohne Erfahrung hergekommen. Das glaube ich. Einen Wunsch hast du frei, kommst du in den Landtag. Was machst du als erstes? Nicht mehr schlafen wahrscheinlich. Gute Antwort. Eine gute Wahlparty für alle Menschen, die mich im Wahlkampf unterstützt haben und hoffentlich auch hier in Gefahren. Sehr, sehr fleißig Wahlkampf betrieben haben und Menschen erreicht haben. Dann freuen wir uns auch am 14. Januar und auf einen erfolgreichen Wahlkampf. Ja, danke schön. Ich wünsche dir alles Gute.